und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde minecraft viel zu ist da ja wohl trendy mit dem sascha der namen die na ja wollte ich guck mal kurz ich meine das war ganz unten ich glaube ich hatte ja die tör los geschickt hatte ich gleich noch mal mit botanien weiter hat ja diesen stramm leprechaun und da bin ich schon mal meine krone ich habe jetzt mal noch zweimal für gestorben ja ja vor drei folgen wo ich jetzt los geschickt in den wort ich die ihm heute hingeschickt auch hier glaube ich habe dann soll aber dann war ich hier kann ich dafür die tunel hier wort ich hier hingeschickt hat bei uns wo ich jetzt mal losgeschickt heute mal runter oder hier habe ich die hingeschickt kann noch nicht hat kommt davon wenn man nicht nicht mehr das kommt davon wenn man das macht und dann zwei oder drei folgen dann danach aufnimmt nichts mehr macht hatte ich die nicht muss gesagt sein aber ich kann doch nicht dann wenn du hier denn wenn du hier dingens aber dann werden noch hier vier dinge eigentlich kann auch nicht hier das kann hier nicht sein hier oder hier ist auf jeden fall noch etwas entgegen dran ich will entschuldigung ja ich glaube hier war dort sogar weil hier was was und und hier das wird gelohnt hier gegrunze ich höre hier auf jeden fall ein zombie laufen ich weiß ja nur wo er ist oh die Lava hier geht die mir von Nüsse oh schön er hat mich hoch mein gott was ist denn jetzt los warum renne ich eigentlich mit der robina ist problem ist da ist die tür habe ich schon mal gefunden da ist die tür die tür immer mit erstmal aber ich glaube diamanten weil sie mich und sonst einer die frage ist wo könnte man die jetzt noch mal los schicken das sind die einfach mal gerade durch steht jetzt aber mal gerade durch noch mal los hier bis ich habe keine kohle hast du kohle irgendwo ja so ein bisschen und viele müssen ja so ein paar ich schicke jetzt dann hier geradeaus durch direkt die ist also noch so ein gang und dann schicke ich die meist los sondern fackeln das waren kisten dort waren kohle und dort waren kohle mine 20 nach weit und dann noch mal 10 tunel war ich das mag ich glaube ich jetzt noch mal mit botanien ein bisschen weitermachen denn dann fall nicht in lavalo das hatte ich schon so oft ist auch mit aber nicht mehr lustig wir gehen uns jetzt mal unsere maler produktion ankurbeln wo wird das schon wieder dunkel ist hier nicht wieder irgendwas hier im gebäude umhängt kennt man ja so ich gehe jetzt mal ganz kurz noch nachher quer wie immer gucken aber wir auch schon länger ist ja immer noch platz dann kupfer ein bisschen aber schon nein kleines problem kleines problem hilfe was denn jetzt hier ist so ein creeper neben der neben der kiste von der query explodiert jetzt liegen hier die ganze teile rum ach du scheiße ja genau das scheiße irgendeiner ist hier gerade am naschen schmeißen wir erstmal alles da rein haben wir irgendwo noch eine kiste hier oder so die kiste mal kriegen jetzt da ist er sehr gut die kiste ist auch voll oder so eine kiste rumfliegen irgendwas fehlt hier noch da ist noch eine kiste weiße aber das kann noch nicht alles gewesen sein an kisten definitiv nicht hat das war eine aha tut ja nicht wie wir dann nervt ne ist ja wieder so ein verkackter creeper der nebenan explodiert und die ganzen kisten mitreißt der nervt so was nervt ein bisschen nur ein bisschen so vor allem war da noch die kisten gerade die kisten die so voll sind kann sich ja keine andere aussuchen der sack natürlich auch noch was rum mein gott das ist ja auch noch so ein krippe hau ab er ist er denn furious zombie da muss aufpassen das ist ein furrier man kann er denn steht doch da furious zombie krankenhaus da muss man nur mal ganz schön vorsichtig sein denn ich weiß jetzt blöde Hund was soll ich habe Hunger ja du hast Hunger hier haben wir nicht rum mach den in der doppel ehrlich er macht den Lavafluss dazu ich muss da dran aber ich mache mir noch ein paar kisten machen ja du hast Hunger hier nimm den Apfel nimm den Keks mach irgendwas mein gott ey die haben wir Lappen echt was soll ich auch noch eine kiste hinschneiden ach ne da sehr schön hier auch ne doch noch eine doppelkiste hinschneiden oder guck doch mal an einen was ist das ne creeper plant nein diese möchte ich nicht ja mach doch ja mal gerade kam ich an die kiste dran das gibt es doch gar nicht so kurz den Arm auf einmal gekriegt aber irgendwo vielleicht passiert irgendwas irgendwas grünes ach das ist die Pflanze so jetzt machen wir mit Botania weiter geht ja gar nicht hier ne mach ich nicht weil er dunkel ist schade hm blau gelb und das oh ich hab 13 ich hab noch Seeds 13 Seeds hab ich oh das war schön da waren doch Seeds dran ist doch schick wird das hell wird das nicht hell ja doch ähm jetzt müssen wir kurz gucken wie war das jetzt nochmal mit dem mit der nein die Day Blue wie geht die wie war die Nummer zwei gelb ein orange ein blau sehr schön wo ist man einmal da so dann wollen wir mal noch ein paar machen ja schön erstmal das Wasser daneben gesetzt so wie war das jetzt zwei gelb ein blau und ein orange sowie ein Seed bitte zack einmal zwei gelb ein blau ein orange zack zack zwei gelb es hat mir einfaches Rezept für die Pflanze so eine können wir noch machen eine können wir noch eine geht noch so ich glaube jetzt auch fünf stück sehr schön haben wir schon sechs flinzchen haben wir natürlich stehen da ist doch schick immerhin muss man ja sagen so und der Saubär Saubär was hat er denn schon oh ein bisschen gefüllt ist er ja schon und jetzt geht der müsste der auch gleich eigentlich müsste der gleich schneller gehen der strahlt der fühlt sich auf jeden Fall schneller ich glaube wir müssen gleich die Bäume abhangen wie sind die alle noch verbunden hier eigentlich kann man nämlich auch gucken ja sind sie alles klar bist du da oben Sascha komm mal raus hier wir müssten mal kurz gleich die Bäume da abhangen die großen weil hier ist nämlich wie man sieht ist hier ist hier so ein kleiner weil das ist nämlich so ein so ein mana ding ich weiß zwar jetzt noch nicht genau was man damit genau alles so machen kann aber ist ja egal hat's her entschuldigung entschuldigung du sollst wieder zurück achso da geht das endo flame und machen die denn nochmal ah nein 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 will not burn anything that returns a byproduct and example are lava buckets that have empty as a byproduct ok ah endo flame nightshade funktional was können die denn dann hier wow und dafür ach du meine güte du hättest exo flame mein gut aha oh toll ja das werden wir uns dann aber das werde ich mir auf jeden fall angucken was die so können die ganzen pflänzchen die ganzen pflänzchen hier und what of the hell das hört sich gut an nein hört sich nicht da brauchen wir ganz schön viel scheiße für what of the skies oh horn of the wild was ist das denn ne kann ich auch nicht bauen uncool mana blaster boah mana steel equipment achja mana steel kann man ja auch hin herstellen stimmt ja mu huhu da brauchte man noch dieses da brauchte man muss dieses dingen für oder genau diesen altar braucht man dafür genau so war das genau da brauchen wir so monat im nächsten leben dann machen wir später das war schon im gewusel da oben drin da muss ich wahrscheinlich teilweise hochbauen hier mein gott habe ich auch schon gesehen oder man kriegt das in der herde ne das sind glaube ich nicht mehr oder kombinieren das gehst du rein gleich mal was überhaupt hier jetzt haben wir hier jump and run dinge passen mal auf Hää. Geh, doch, du wirst dann jetzt mal abgeholzt hier. Nicht nur so schlecht. Von innen heraus wird dann ausgeholzt hier. Tack. Und da hier. Klasse, so riesen Bäume, ey. Es gibt ja so Mod-Packs, da bist du auf so einer fliegenden Plattform. da bist du musst du auch immer ganz am anfang ganz viel holz machen wo wir dann einmal so ein riesen baum hast da könntest du auch aus der haut fahren sage ich nur ich habe einen kommentar gelesen kann ich dir auch sagen wir sollten aufpassen wenn du mal saplings einpflanzt du musst aufpassen dass da nicht einer ist der heißt sacred rubber sapling heißt der wird sie auf jeden fall merken den nicht einpflanzen weil der wohl einen riesen baum generiert der selbst wahrscheinlich für meinen rechner zu stellen die jetzt ist zu groß ist ja der ist irgendwie irgendwann mit habe ich habe ich noch nicht gehabt den habe ich habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen soll man nur darauf achten dass wenn wir so ein sapling haben nicht unbedingt einpflanzt weil er wohl irgendwie dann ich weiß nicht immer mit 34 chance oder so groß ist und das ist so groß ich glaube ich habe den einbauen wir schon weg ja der teil ist ja wahrscheinlich auch mehr aber ich glaube der baum ist abgehölzt hier wo ich drauf bin so wie das aussieht schön das kann dann auch kaputt gehen schön ich komme mal rüber zu deinem baum hier ja so ein bisschen ist ich habe mir noch ein bisschen gesprungen ich habe die achse gemacht ich habe mich halt ja doch die achse ich habe nochmal ein holzstück drin da ist noch eins ja schön schön daneben gesprungen Jetzt ist man auch kaputt, ja toll. Für die Rubrik guck mal, was ich kann. Ja genau, mach's zweimal richtig. Einmal reicht ja nicht. Mach's schon richtig. Ja, dreimal bist du gleich tot. Boah, ich hasse es, ne? Ich hasse diese Bäume. Die riesen... Obwohl, die geht ja noch. Dschungelbäume sind schlimmer. Wenn die so groß werden. Ist hier nur irgendwo einer? Hier muss nur so ein Gehölz drin sein. Oder? Ja, schön. Da ist noch ein Gehölz. Ah, komm ich dran. Mit der eisernen Handkante krieg ich das ja jetzt. Sauber. Ich glaub, das war das jetzt. Ich glaub, das war das, ja. Wie sieht das aus? Sehr schön. Wie sieht der Manapool jetzt aus? Boah, schon... Wie voll ist der? Ein Viertel. Das ist doch schön. Siehst du den grünen Strahl eigentlich auch, ne? Naja, nicht wirklich. Ich glaub, der siehst du nur, glaub ich, wenn der, glaub ich, den Mana rüberschickt, glaub ich. Ach doch jetzt. Jaja, dann schick der da Mana nicht rüber. Ah. Sagen wir mal eine ganze Gelumpe mal hin, was hier rum lag. So. Dann gehen wir jetzt rein. Und dann beenden wir die Folge wieder. Ja. Wie gesagt, ich hab' nicht mal... Ich werd' nicht mal ein bisschen schlau machen mit dem Botanier-Mod. Boah, die Kiste ist schon wieder voll. Ich muss um die nächste Folge Bevels bauen. Boah, ich hab' doch das rüber. Ich hab' ja gar nicht rüber gepackt. So, ich weiß nicht. Da. So, ich schmeiß' jetzt mal ein bisschen... Gold noch da rein. Soll' ja nicht stillstehen, die Maschine hier. Geht ja gar nicht. So, mal hoch und da packt. Kurz noch die Blümchen... Ups. Wir haben die Blümchen da umwandeln hier. Haben wir da eigentlich auch. So, so, so. Haben wir da mal alles rein. Wieder von Botanier. Packen wir ein Lexikon und den Ding jetzt auch da rein. So. Dann... Wie immer, wenn euch die Folge gefallen, dann lasst ein Like, dann lasst ein Abo, dann lasst ein Kommentar. Und zwar gerade ansonsten... Bis zur nächsten Folge von Minecraft Việt zu bies Blyongo 20. Tschöö. Ciao.